Wir werden heute herausfinden, wem dieses Jahr die AFC East gehören wird, wie ihr schon im Titel gesehen habt. Heute gibt es nämlich die AFC East Preview, die besteht aus den Buffalo Bills, die letztes Jahr schon wieder die Division gewonnen haben mit 11 und 6, den Miami Dolphins, die auch 11 und 6 gegangen sind, aber Platz 2 einnehmen mussten, dann nach Kansas City gefahren sind und da dann verloren haben, den New York Jets, die 7 und 10 gegangen sind, da hat sich natürlich Aaron Rodgers im allerersten Spiel, im allerersten Drive die Achillesse in den Gerissen und letztplatzierten New England Patriots, die letztes Jahr 4 und 13 gegangen sind. Und letztes Jahr hatten wir noch die Diskussion, ob die AFC East die beste Division der NFL ist. Die haben wir so ein bisschen in die Waagschale mit reingeworfen mit der AFC North, weil wir einfach gesehen haben, die Bills sind saustark, die Dolphins sind enorm stark, haben extrem viele Superstars, haben extrem viel investiert, die Jets haben immer noch vielleicht eigentlich so dieselbe Storyline wie letztes Jahr, eventuell sogar etwas besser und die Patriots, die wir deutlich, deutlich, deutlich höher eingeschätzt haben als das, was sie dann da am Ende gespielt haben, weil wir geglaubt haben, dass die Offensee sich ein wenig verbessern wird, weil sie einen Offensee-Koordinator haben, weil wir das Quarterback-Play ein bisschen besser eingeschätzt haben. Die haben natürlich dann auch viele Verletzungen einbüßen müssen und jetzt schauen wir ein Jahr später auf diese Division und das ist dann auch meine Eingangsfrage, hat diese Division es überhaupt verdient, in der Conversation zu sein, die beste Division in der NFL zu sein? Ja, doch weiterhin, würde ich schon behaupten. Over-Under der Buffalo Bills liegt genau deswegen, glaube ich, immer noch bei 10,5, also 10 Wins, sagt Vegas. Holen sie, ob sie mehr holen, das steht dann zur Diskussion. Auf was tippt ihr die Buffalo Bills dieses Jahr? Komm, Warren Tainer. Warren Tainer. Ich finde natürlich, dass die Secondary eines der wenigen Sachen ist, die den Chiefs relativ nahe kommt, von dem Roster der Bills, ist nicht egal. Roland haben wir noch nicht drüber gesprochen, das sah gestern nicht so geil aus gegen die Bears, dass sie jetzt auch nicht die beste D-Line haben. Also das Running Game muss funktionieren auch, wie letztes Jahr, das wäre wichtig für die Bills. Ich glaube, dass die Division zu stark ist und dann auch, glaube ich, in der Season dann doch ein paar Anlaufschwierigkeiten herrschen werden. Deshalb gehe ich Under, aber ich glaube, sie gewinnen trotzdem 10 Teams, ach, 10 Teams, 10 Siege. Sie gewinnen trotzdem 10 Spiele, so. Und sind dann, glaube ich, dieses Team, wo alle mal sagen, ich will die Bills nicht in den Playoffs spielen, weil ich glaube, die werden deutlich besser sein, als vieles denken. Das ist übrigens die perfekte Beschreibung. Das ist die perfekte Beschreibung. Jeder wird auf sie drauf gucken, wird wissen, dass ihr nicht die, das vielleicht auch das, was du sagst, jeder wird auf die Bills drauf gucken und niemals den Respekt haben, den die Leute haben würden, wenn da Kansas City stehen würde. Dennoch würde sich jeder eingestehen, gegen die Spielen willst du trotzdem nicht, weil du haargenau weißt, dass es dir halt... Willst du nicht, Josh Allen im Winter. Ja, eben, weil du haargenau weißt, was dir halt passieren kann. Und ich glaube, das ist halt immer dieses, die Bills könnten halt wieder dieses What-If-Team sein. Nur wirklich im großen Stil halt einfach. Das ist so das Ding. Du hast 10-7 gesagt, jetzt als Record? Ja. 10-7, komm. Ich bin confident. Ich glaube, dass Josh Allen uns zeigen wird, Shakir wird sich ausrasten. Das sind Riesenfaktoren, aber wenn du da jetzt einen Nummer-eins-Receiver reinsetzen würdest und einen dominanten D-Line-Spieler, dann würdest du über die Bills, glaube ich, komplett anders reden. 100 Prozent. Weißt du, was ich meine? Und das sind halt Sachen, die sind sehr, sehr wichtig in der NFL. Aber was, wenn sie das auf der D-Line abfangen können im Zusammenhalt so? Und was, wenn die Receiver einfach gut genug sind? Ja. So wie letztes Jahr die Chiefs-Receiver dann auch am Ende waren. Und dann glaube ich, dass du mit Josh Allen halt immer einen Weg hast, tief zu kommen. Wobei, das ist ja gerade, also wie gesagt, Chiefs in den Playoffs top und gewonnen. Aber Regular Season hat es nicht gereicht, um eine Top-10-Offense aufs Board zu bringen. Dafür brauchst du halt eine Top-Top-Top-Top-Top-Defense. Das muss es ja dann sein. Wobei ich glaube, weil ich habe immer das Gefühl, dass die Bills mit der Offense immer noch stabiler stehen werden, aber das vielleicht nicht auf dem Top-Level-Defense spielen. Aber das, was du gerade gesagt hast, hat nur bei den Chiefs geklappt. Es hat nur bei den Chiefs geklappt, weil sie ja auch eine Top-Defense hatten. Ich bin genau bei Valencia. Also ich finde, so von einer 12- und 5-Season, so eine 12- und 5-Season, können sie auch reichen, auch eine 13-Win-Season, weil sie einfach top sind, gutes Coaching haben, die letzten Jahre so viel gewonnen haben, weil sie Josh Allen halt haben. Aber ich glaube nicht, dass es weniger als 10 Wins werden. Aber ich bin mit dem, meinem Under gegangen und mit dem Niedrigsten, was es dann hier so gibt, weil ich einfach dann schon sage, viele Neuspieler, wie du es eben gesagt hast, nur einen Receiver, der den Ball von Josh Allen gefangen hat, auch eine O-Line, die jetzt auch nicht so sexy, juicy oder so, was da steht, ist basierter als ein bisschen auf Josh Allen. Und eine Defense, wo ich glaube, sie ist gut, aber ist sie so gut und die Division ist vielleicht stärker geworden. Sie haben einen echten Konkurrenten dazu bekommen mit den Jets und waren letztes Jahr auch schon in Battles mit drin, mit den Giants oder mit anderen schlechteren Teams und haben sich diesen 11- und 6-Record richtig harter kämpfen müssen. Und da ist dieser Ferrari, den du so schön beschrieben hast, fast auseinandergefallen und er fällt für mich nicht auseinander. Er fährt auf jeden Fall weiter, aber ich glaube, dass sie dann dieses Jahr den einen oder anderen Win nicht holen werden und haben sie auf 10 und 7. Ich gehe 11-6 und 4-2 in der Division. 11-6. Dann kommen wir doch einmal zur Nummer 2 aus der Letztjährigen Division und zwar den Miami Dolphins. Letztes Jahr auch ein 11-6-Record, sich ergattert haben, aber es hat nur für den zweiten Platz gereicht. Vegas sagt, dass die Miami Dolphins trotz dieser ganzen Fragezeichen, die wir haben, am Ende ein Over-Under von 9,5 haben, also 9 Monsons auf jeden Fall. Die Frage ist, ob sie 10 Monsons holen können. Letztes Jahr waren es 11, also dort ein kleiner Abfall zu vergangenem Jahr. Aber, und das ist nämlich eine Sache, die für sie spricht, oder für sie sprechen, sie haben den 8 einfachsten Schedule dieses Jahr verglichen mit den Buffalo Bills. Buffalo Bills spielen den 23. Schedule, also einer der eher härteren, und die Miami Dolphins den 8 leichtesten. 9,5 ist das Over-Under, was gibt ihr ihnen? Valentin, komm, weil du so gute hier reden hast. 9,5, ich sag, sie gehen Over, ich sag, sie gewinnen auch 10. Ich sag, nein, tun sie nicht. Sie werden eine 9-8-Season haben und 4-2 in der Division sein. Kommen die laut Modell in die Playoffs bei dir? Kann ich nicht sagen, weil ich die Divisions noch nicht durchgetippt habe. Ich füttere das Modell, während ich recherchiere. Ich hab die Dolphins auch bei 10 und 6, aber nur wegen des Schedules. 7? Ich glaub, genau das ist 7. 10, 7. 10, 7, Entschuldigung. Oder predictest du, dass eins ausfällt? Ja. Oh, das ist der... Hurricane. Ist in Miami ja nicht untypisch. Stimmt, ja. 10, 7 gehen die Dolphins bei mir aus dem Grund, was Marek gesagt hat. Sie sind halt mit der Offense, könnte ich argumentieren, dass sie besser sind als letztes Jahr. Weil sie einfach gesund bleiben können. Wenn A-Chain durchspielt, letztes Jahr unfassbar geflasht hat. Wenn die Rookies vielleicht noch ein Skillset mit dazu bringen. Oder Beckham Jr. ist für mich unfragt. Ich bringe ein Skillset mit dazu, was sie brauchen. Juno Smith übrigens auch. Ist diese Offense tendenziell besser als letztes Jahr. Und Tua hat ein weiteres Jahr in diesem System. Ob Tyreek Hill jetzt nochmal so Special spielt und die Stats hittet, das ist was anderes. Aber für mich ist das einfach, was du eben gesagt hast, du möchtest die Bills nicht in den Playoffs spielen, du möchtest die Dolphins nicht in der Regular Season spielen. Weil die dich einfach exposen können, in Week 7 und dir immer so ein 38-Punkt-in-40-Punkte-Game reinhauen und du dachtest, du bist ein NFL, du bist ein Super Bowl-Container. Also kommen wir zu dem Team, was letztes Jahr wahrscheinlich für die meiste Frustration gesorgt hat in der NFL. weil sie nicht nur ihren Star-Quarterback und die Person verloren haben im ersten Drive, die sie zu einem Super Bowl-Container machen sollten. Beziehungsweise das, was ja selten passiert, das passiert halt... 39,4-Grade bekommen von PFF hat. Geil, dass du das traden. Ich wollte gerade sagen, das ist für mich die lustigste Statik der ganzen Recherche gewesen, dass er für seine drei Passing-Snaps eine 39,4 bekommen hat. Gut, der ist halt gesackt worden bei dem ersten Play, ne? Ja, ja. Und das andere war, glaube ich, ein Lauf. Und was war das dritte Play? Weiß ich schon mehr an. Was aber auch zeigt, wie nüchtern neutral PFF ist. PFF achtet nicht drauf, ob dir dabei gerade die Peitsche einmal durchgerissen ist, Alter, sondern... Ja, Jets, wie gesagt, sehr, sehr, sehr frustrierend. Wir durften letztes Jahr das ganze Besprochene zu sehen. Die ganzen Spekulationen konnten wir uns einfach nicht beweisen, ob wir richtig oder falsch liegen. Ich würde behaupten, dass er mit der Aaron Rodgers-Verletzung diese unfassbar grausame Kette an Quarterback-Verletzungen dann gestartet hat, wo wir ein Veteran-Cubie oder ein Studying-Cubie nach dem anderen verloren haben, und sich dadurch dann auch alle Predictions und das ganze Schedule so ein bisschen von Attraktivität verrutscht hat. Stehen wir bei den Jets dieses Jahr wieder da, oder wir schauen jetzt wieder auf die Jets und diskutieren ja eigentlich genau dasselbe wie letztes Jahr. Over-Under bei den Jets liegt bei 9,5 Wins. Also, dass sie mindestens neun Siege holen, das sind zwei mehr als letztes Jahr. Klingt jetzt erstmal niedrig bei den ganzen Folkloren, die wir ihnen gegeben haben. Übelst. Kommt aber auch daher, dass die New York Jets halt einfach die letzten Jahre es nicht ansatzweise geschafft haben, um an diese neun Wins ranzukommen. Und davon geht Vegas dann halt auch immer aus. Sie sagen, hey, ich seh das, ich seh, wen ihr habt, aber ich seh auch, was sie die letzten Jahre geleistet haben. Deswegen können wir euch nicht diese ten Wins geben. Deswegen seid ihr genauso gerankt wie die Dolphins, was ich aber krass finde, weil die Dolphins ja immer noch ein Playoff-Team waren mit elf Wins. Also Dolphins und Jets haben da einen ähnlichen Rekord. Mit 9,5 liegt das Over-Under. Und ich hab's gerade eben schon gesagt, sie haben das viert einfachste Schedule der gesamten NFL. Alter, dass ich das eben gesehen habe, hab ich genau dasselbe gedacht, Alter. Ja. Ich bin nur gedacht, so von wegen, hm, 9,5, das macht aber irgendwie gar keinen Sinn, wenn ich so da drauf gucke und so gucke, dann auch noch mit dem Strengths of Schedule, dass du halt so sagst, so, hm. Und dann war genau meine selbe Schlussfolgerung im Kopf, boah, geil. Die haben es geschafft, über die letzten Jahre sogar den Algorithmus bei Invegas kaputt zu machen, dass selbst die da einfach sagen, so. Ich glaube, wir sind ja was auf der Spur. Vegas geht auch davon aus, dass Aaron Rodgers Woche 10 abgeholt wird. So, Woche 10 wäre, wäre, wäre sogar fast im Wahlkampf drin, ne? Was, wann, wann ist der? Ich muss gerade einmal konkret gucken. Schau dir das mal vor. US-Wahlkampf. Aaron Rodgers wird zwei Wochen vor US-Wahlkampf von einem Ufo abgeholt, weil er Einfluss auf den, auf den US-Wahlkampf nimmt und die Aliens. Weil er die Erde gerettet hat, weil er seine Mission beendet hat. Und die Aliens, die uns alle kontrollieren, finden das nicht geil, deshalb müssen die diese Person eliminieren, deshalb wird er einfach so weggebeamt. Ja, oder weil er seinen Job erledigt hat, weil er irgendwas getan hat hier, dass er sagt, hey, deine Aufgabe, deine Aufgabe ist vorbei, Aaron. Komm zurück nach Hause. Monday Night Football auf ESPN, Junge, auf einmal weißt du nicht, ob das so eine schlechte Animation ist oder echt, Alter. Oder Aaron Rodgers ist so wie Superman, weißt du? Der weiß gar nicht, dass er von einem anderen Planeten ist und hinterfragt. Deswegen ist er so ein paar komischen Sachen, weil er sich einfach immer nur den Weg nach Hause sucht. Warte, ich bin jetzt gerade dabei. 5. November 2024 ist die US-Wahl. 5. November, ich will jetzt gerade einmal nur wissen, in welcher Woche... Boah, Junge, das ist Tuesday, 5. November ist Buccaneers gegen Chiefs an dem Sonntagspiel. Die Spiele gegen die Texans am 1. und am 10. gegen die Cardinals. Am 1. ist das Thursday Night Game. Die eröffnen quasi das Wahlkampfwochenende mit Texans gegen Jets. Boah, Junge, das heißt, er kann sogar an dem Donnerstag Night Game zu Hause, theoretisch wieder mit der USA fahren, auch rausrennen. Junge, da kommt... Boah, der Einlauf, der kriegt einfach so eine Wahlwerbung-Unterschrift. Okay. Geil. Letzten 4 Minuten schon einfach raus. Warum? Das ist... Ey, warte mal. Das war ein Spaß. Moment mal. Wenn das passiert bei dem Team, wir haben es vorausgesagt. An dem Wochenende... Läuft der wieder mit einer USA-Flagge raus? Ich sag nein. Ich sag, der ist viel zu aber, glaube ich. Das hat im letzten Mal nicht funktioniert. Das stimmt. Der macht seine eigene Flagge. Aaron. Ja! Aaron, der macht die Flagge von seinem Heimatplaneten. Von seinem... So. So. 9,5 ist das Over-Under. Bei den New York Jets. 9 wins, sagt Vegas, sollen sie auf jeden Fall holen. Warum lachst du denn jetzt? Mach so ein UFO drauf. Lass mich jetzt kurz nochmal... Ach nein, alles gut. Du lass den mal ein bisschen spät. Ja, ist mein Kopfbrochen. Dann denkt man immer, dass man was komisches gesagt hat. Hallo. Ich weiß, dass ein Zivildienst leistet und er sagt, das ist in Ordnung. Tut mir leid, Jan. 9,5 ist das Over-Under. Vegas sagt, 9 Wins holen sie auf jeden Fall. 10 ist die Diskussion. Holen sie das Over-Under. Und welchen Rekord habt ihr getippt? Valentin. Sag mir jetzt, was sie getippt haben. Ich weiß nicht. Auf dem Kopf nicht mehr, wie viele Siege sie letztes Jahr hatten. 7. 7. Ja, die gewinnen ja nicht nur 2 Spiele mehr jetzt mit Aaron Rodgers. Also ich sage, die gewinnen deutlich mehr. Ich sage, sie gewinnen 11 oder 12. Ich lege mich jetzt fest, sie gewinnen 12 und werden damit 1. In der Division. Marek. Ja. Es wird ein 12 und 5 Rekord mit 4-2 Division Rekord. Und man wird auch damit die AFC East gewinnen. Ich sage, sie gewinnen auch die AFC East. Ich glaube aber, dass wir auch schon mal genau in dieser Division gesehen haben, dass dieses System, auch diese Defense mal angeknackst werden kann. Und dass die Jets sehr, sehr, sehr gut sind. Aber sie dann auch das ein oder andere Mal geärgert werden können und sich vielleicht auch den Fauxpas erlauben. Deswegen sage ich auch, dass sie das Over-Treffen haben. Aber ich gehe mit 11 und 6. Weil letztes Jahr sehr hoch. Fragt mich nicht, warum ich dieses Jahr, obwohl sie ein besseres Roster haben, niedriger bei ihnen bin. Aber Bauchgefühl mit dem Locker-Room, mit einem drum dran, sage ich. 11 Siege sind immer noch sehr, sehr viele in der NFL. 11 Siege sind sehr, 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 sehr viel. Ich glaube, wir dürfen das nicht vergessen. Und dann sind sie halt für die Playoffs gemacht. Das letzte Team. Ich glaube, da haben wir jetzt so einen Change of Pace, wie wir jetzt über das Team reden und was wir so von dem Team erwarten. Weil ich glaube, es gibt kein Team, von dem ich so wenig erwarte und die ich so für den ersten Pick prognostiziere, wie die New England Patriots. Ja. Vegas hat sie bei 4,5. Also, dass sie vier Wins holen, aber nicht mehr. Das ist der niedrigste Over-Hunder, den es gibt. Kein anderes Team hat einen Over-Hunder von 4,5. Die anderen beiden haben, die über ihnen sind, das sind die Denver Broncos und die Carolina Panthers, die haben beide einen Over-Hunder von 5,5. Also, nicht nur wir sehen das für Vegas, das ist auch ganz klar. Aber ich meine, da brauchst du keinen Raketenwissenschaftsabschluss. Da brauchst du keine Löcher in den Händen. Aber das ist einfach so, das zweitschwierigste Schedule, neuer Coach, neuer Offenskoordinator, neuer Defensekoordinator. Du spielst, hast keinen Star-Roster, hast keinen Talent eigentlich across the board. Wo willst du deine mehr als vier Wins holen? Selbst vier ist schon, also nochmal, ich finde vier Wins, finde ich schon viel. Ich habe gestern so ein ehrliches Video gesehen. Caleb Williams hat gestern sehr, sehr geflasht in der Preseason, ne? Drake May hat ja auch ein paar Snaps bekommen gegen die Panthers im ersten Spiel. Aber so ein Typ hat sich selber gefilmt, wie Drake May Dropbacks macht und war so richtig hyped. Und dann der erste Pass, Checkdown, auf den Running Back. Der zweite Pass, Screen und dann ist er einfach ausgewechselt worden. Und da ist er so, Bro, you put Baby Zeppi in now, what the fuck? Fand ich sehr geil. Zwei von drei Pässen angebracht, Drake May für 19 Jahre. Das war's. Baby Zeppi läuft da auch noch rum bei den Patriots. Aber guck mal, das ist es ja. Aber guck mal, das ist es ja. Das beschreibt es ja richtig, richtig gut. Die werden sich da nicht stressen lassen, glaube ich auch. Die werden nicht sagen, ey, hau das Ding jetzt mal raus, zeig mir deine Kanone oder so. Vielleicht, wenn er reinkommt, werden die das machen. Wenn er reinkommt, erwarte ich nicht, dass sie sagen, mach mal Charlie Checkdown. Sondern wenn er reinkommt, erwarte ich auch, dass sie ihn dann loslassen und versuchen, das bestmögliche Outcome mit ihm zu haben. Aber, also nochmal, ich sehe sie, 4,5 Wins, also 4 Wins, schon schwierig. Wo habt ihr sie, over, under? Ich habe sie bei, ich sag under, 3. 3,14 habe ich sie mit 0,6 in der Division. Alle gleich. Und die Siege, komm, ich sag dir sogar die drei Siege, wo ich sie habe. Sie gewinnen am zweiten Spieltag gegen die Seahawks. Sie gewinnen am 13. Spieltag zu Hause in einem richtig, das sag ich euch jetzt, es wird ein richtig ekelhaftes, windiges, verregnetes Spiel gegen den Indianapolis Colts. Und das wird 12 zu 6 ausgehen für die Patriots. Und locker auch Thursday night. Rechnen sie sich wegen letztem Jahr, ne? Ja, so. Und warte, wann haben sie... Stimmt, was Deutschland spielen, ne? Ja, ja. Und dann haben sie eine Bye-Week und dann spielen sie bei den Cardinals. Das gewinnen sie auch noch, das sind ihre drei Siege. Cardinals, Colts und Seahawks. Ich habe sie auch bei 3 und 14, vielleicht will sie sich fast schon auf 2 und 15 setzen. Ich hatte sie eben einmal, habe ich auch so drauf geguckt, ich hatte sie einmal bei... Also beim ersten Drübergang waren sie bei einem Sieg. Boah, aber ich kann dem Team nicht... Also eins ist halt 40 kriminell einfach. Ich sag 3 und 14, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, es muss schon ein Carolina-Panther-Szenario sein, wo alles, alles drunter und drüber geht und selbst die haben noch zwei Wins geholt. Eben, genau, wollte ich gerade sagen, selbst die haben es ja noch irgendwie geschafft. Und die haben immer noch zwei Wins geholt, übrigens aber auch ähnlich, wo du sagst, ey, ein bisschen Talent auf der Defense, die Offenseite war komplett falsch besetzt. Wenn ich jetzt sage, an sich ist diese Herangehensweise, ich laufe den Ball und ich laufe die Uhr runter und versuche dann mit Brissett den einen oder anderen, das eine oder andere Platz holen, dann ist es immer noch die NFL und da laufen immer noch durch die Bank NFL-Spieler rum und irgendwo findest du einen Weg, einen Gameplan mal einen auf dem falschen Fuß zu errichten. Dafür ist das Level hoch genug. Ich kann dir nicht sagen, wo sie die drei Wins holen. Ich habe zwei Spiele eben schon genannt, aber ich sage, sie gehen drei und 14 und das reicht für den ersten Overall Pick, für das Overall Pick. Also, ich sage, sie sind nicht gesagt, wie sie die drei Wins holen ist.